Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue im frühlingshaften Sauerland. Ja, die Temperaturen steigen langsam. Wir brauchen keine dicke Jacke mehr, die Tim sowieso nicht brauchte während der Wintersaison. Aber auch für mich wird es langsam angenehmer, hier bei solchen Temperaturen zu drehen. Und wir haben uns überlegt, es ist zwar langsam Frühling, aber die Wildsaison ist ja noch nicht so ganz vorbei. Beziehungsweise viele Jäger werden mir zustimmen, wenn wir sagen, man kann Wild auch das ganze Jahr essen. Aber wir machen heute mal etwas Besonderes. Wir machen heute eine Mufflonkeule. Das Mufflon oder auch Muffelschaf ist ein Wildschaf. Das heißt, solltet ihr keinen Mufflon bekommen, könnt ihr selbstverständlich auch ein Schaf nehmen oder ein Lamm. Und dazu gibt es ein geräuchertes Kartoffel-Karottenpüree mit ein bisschen Apfel. Ja, und nochmal kurz zum Mufflon. Sebastian wird euch irgendwann mal noch ein Video mit einfügen. Bei uns auf dem Blog oder irgendwo hier auch nochmal verlinkt, wie man so einen Mufflon zerlegt. Das war jetzt ein ungefähr anderthalbjähriges Stück, männlich. Das kann man dann auch noch essen. Wenn es älter wird, hat man dann wirklich diesen Hammel-Charakter auch drin beim Wildschaf. Und im Sauerland nicht ganz so heimisch. Wir haben das Glück, wir haben einen befreundeten Jäger, der fährt öfters mal nach Brandenburg. Und da gibt es recht viele Mufflons und die müssen dann da auch bejagt werden, weil sie sonst recht viel Schaden anrichten. Und dann hat er uns von da einen Mufflon mitgebracht und hat gesagt, zerlege ich das selber. Sebastian hat es gemacht, er hat es ja schon mal im Wildschweimer gemacht. Und ja, das machen wir dann heute. Ja, und wir brauchen natürlich so ein paar Zutaten. Als erstes haben wir da unsere Mufflon-Keule. Wie gesagt, solltet ihr keine Mufflon-Keule bekommen, geht das Ganze selbstverständlich auch mit einer Keule vom Schaf oder mit einer Keule vom Lamm. Dann haben wir acht Kartoffeln, die habe ich schon mal geschält, zwei Karotten und zwei Äpfel. Außerdem ein in der Mitte geteiltes Sauerländer Butterflöckchen, das mögen zwischen 80 und 100 Gramm sein. Dann Ankerkraut-Barbecue, da haben wir einen neuen Rub, den werden wir mal für die Muffel-Keule verwenden. Außerdem ein paar Gewürze und zwar die neuen Pfeffersymphonie, ein wenig Muskatnuss und Liebstöckel. Wer uns kennt, der weiß, dass Liebstöckel am Kartoffelpüree unglaublich großartig ist und dass ihr das unbedingt mal ausprobieren solltet. Und ein wenig feines Meersalz sowie eine Flasche mit frischer Milch. Ja und wie wir das Ganze machen, wie immer am Brett. Wir schneiden jetzt unsere Kartoffeln und ihr seht, ich habe hier schon mal angefangen. Die ganzen liegen schon mal in so einer Gemüseschale. Die hat den Vorteil, dass wir hier unten so Löcher drin haben, da kann der Rauch richtig schön durchziehen. Ich habe jetzt hier meine Kartoffeln liegen, die schneide ich jetzt einfach in der Mitte durch und dann schneide ich ungefähr gleich große Stücke. Wenn die nicht ganz genau gleich groß sind, ist das auch nicht schlimm. Und ja, jetzt schneide ich meine Kartoffeln erstmal eben zu Ende und hole euch dann wieder dazu, wenn es gleich mit den Karotten weitergeht. Ja, nachdem wir unsere Kartoffeln geschnitten haben, geht es jetzt mit den Möhren weiter und die schneiden wir auch einfach in solche Stücke. Die können ein bisschen kleiner schneiden wie die Kartoffeln. Schlicht und ergreifend deshalb, wenn ihr die dann nachher zusammen kocht, dann sind die Möhren schneller gar wie die Kartoffeln, weil ansonsten würden die Möhren natürlich viel länger brauchen. Ja, auch die geben wir hier rein und jetzt habe ich gleich nur noch ein paar Äpfel zu schneiden. Wir machen jetzt weiter mit unseren Äpfeln und die habe ich schon mal vom Kerngehäuse befreit. Jetzt schneide ich einfach einmal hier in der Mitte durch und dann werde ich die auch in so Stücke schneiden und dann gebe ich die hier einfach vorne an die Ecke. Ja, das habe ich jetzt nur aus rein optischen Gründen gemacht, um euch das mal besser zu zeigen. Also wir haben hier die Kartoffeln, die Karotten in deutlich kleineren Stücken wie die Kartoffeln und dann hier die Äpfel in ein bisschen größeren Stücken wie die Karotten. Und das Ganze werden wir jetzt gleich so wie es ist, wenn ich mit den Äpfeln fertig bin, auf den Grill stellen und das Ganze räuchern. So, unser Monolith ist vorgeheizt auf 110, 120 Grad und wir haben schon mal die neuen Smokewood Chips heute mal mit Cognac unten reingelegt. Die räuchern jetzt schon vor sich hin und jetzt machen wir einfach hier unseren Grill auf. Ihr seht, da ist ordentlich Dampf drin und dann stellen wir unsere Schale einfach hier in die Mitte. Wenn ihr das auf einem Kohlegrill nachmachen wollt, auf einem Holzkohlegrill, dann müsst ihr einfach nur einen direkten und einen indirekten Bereich einrichten und stellt die dann in den indirekten Bereich und lasst das Ganze räuchern. Ja, jetzt einfach nur den Deckel zu und warten. Bevor wir unser Muffler und Rubben, müssen wir hier die Sehne einmal durchtrennen, weil sonst kann sich die Koile ein bisschen ineinander ziehen und ich schneide die unten ein bisschen ab. Weil die Sehne brauchen wir hinterher nicht, die Sehne schmeckt eh nicht. Und dann besprühe ich das Ganze mit Öl. Ich reibe das ein bisschen ein. Das Öl mache ich hier, weil die Oberfläche ein bisschen, also nicht ganz so feucht war wie sonst. Dann nehme ich dann das Öl. Das ist in diesem Fall auch noch ein Rauchöl. Das gibt noch so ein bisschen einen besonderen Geschmack. Und dann nehme ich unseren Rub und streue den locker oben drüber. Verreibe den, drücke den ein bisschen an und lasse ihn jetzt mal so 10 Minuten einziehen. Unser Holzparkhofen ist etwa auf 200 Grad vorgeheizt und wir legen jetzt unsere Muffler und Keule rein. Wir haben eine Tropfschale reingelegt mit Wasser drin. Das Wasser hat den Grund, da können wir hinter die Schale schöner reinigen. Und das wird jetzt so ungefähr anderthalb Stunden dauern, schätze ich mal. Wir werden zwischendurch mal eben messen, wie die Kerntemperatur ist. Aber wir holen euch dann dabei, wenn es hier wieder was zu sehen gibt. Und ja, dann geht es jetzt weiter mit dem Kartoffelstampf. Wir schauen mal, was unser Gemüse jetzt nach 20 Minuten so sagt. Und wir sehen, das sieht gut aus. Ja, das Ganze ist ein bisschen zusammengeschrumpelt. Ihr seht das hier besonders bei den Karotten. Und wenn wir uns mal die Kartoffeln angucken, dann sehen wir hier so einen richtigen Rauchrand, die die bekommen haben. Auch die Äpfel hier vorne. Und ich nehme das Ganze jetzt runter, packe das nochmal so kurz mit ein bisschen Wasser in den Topf. Und koche das Ganze dann noch gar. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir den Stampf dann fertig machen. Unsere Kartoffeln zusammen mit den Karotten und auch mit den Äpfeln haben gekocht. Und jetzt geben wir als erstes mal ein bisschen Salz da drüber. Als nächstes den Liebstöckel ungefähr einen Teelöffel. Muskat auch wieder etwa einen Teelöffel. Wir machen jetzt anderthalb dran, weil wer uns kennt, der weiß, wir mögen einfach Muskatnuss unglaublich gerne. Um das Ganze ein bisschen abzuschmecken, noch eine ordentliche Portion Pfeffer. Jetzt das geteilte Sauerländer Butterflöckchen oben drauf geben. Und das Ganze einmal einstampfen. Und dann geht es gleich weiter mit der Milch. Ja, und jetzt seht ihr das hier schon, das hat schon eine schöne Konsistenz. Und bitte, bitte, es ist ein Kartoffelstampf. Es ist kein Püree und es ist kein Kleister. Also bitte nicht mit einem Pürierstab oder sonstiges da dran gehen. Nehmt einen guten alten Kartoffelstampfer und stampft das durch. Ja, wie gesagt, die Konsistenz ist schon fast gut. Ich gebe jetzt einfach nur einen Schuss Milch dabei und rühre das Ganze noch ein, sodass wir eine richtig schön cremige Konsistenz haben in allem. Und dann halte ich das Ganze noch ein Momentchen warm, bis unsere Muffelkeule dann auch soweit ist. Ja, hier liegt sie nun unsere fertig gegarte Mufflonkeule und das sieht ja wirklich traurig aus. Der Duft hier wirklich wunderbar. Das Schöne ist, unser Holzbackofen, immer mal ein kleines Stückchen Holz drauf, 200, 210 Grad durch. Wie angenagelt, das war richtig schön. Ja, die nehmen wir jetzt runter und dann hole ich euch zum Anschnitt wieder dabei. Dann schneiden wir mal unser Mufflon an und ich schneide mal hier am Rand runter. Und kross ist es. Und sieht ja wohl richtig schön aus. Ja, ich schneide das jetzt fertig und Sebastian richtet es dann auch einen Blick an. So, hier haben wir jetzt unseren Teller und wer sagt, man kann Stampf nicht einigermaßen optisch ansehnlich anrichten, der hat das noch nie gemacht. Wir haben jetzt den Stampf hier in eine extra Schüssel gepackt, haben da ein paar Chili-Fäden um drauf getan und eben so einen bunten Blütenmix, also mit essbaren Blüten, so wertet ihr auch euren Stampf zu Hause auf, denn diese essbaren Blüten kosten nun wirklich nicht die Welt. Hier vorne haben wir unseren Mufflon und wir haben es gerade probiert. Wir dachten schon, als wir es angeschnitten haben, um Hummels Willen, wie trocken ist denn das? Ist dann aber Gott sei Dank, der Saft, der hat sich mehr oder weniger da drin gesammelt. Also es ist nicht wirklich trocken. Ja, und dementsprechend werde ich jetzt den Teller zu Ende anrichten. Hier noch einmal so eine Seite mit den Gewürzen. Ich mache euch jetzt einen Teller wild, wir werden essen und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. Ja ihr Lieben, das war sie, unsere Folge mit der Mufflon-Keule, der Muffel-Keule oder auch der Keule vom Mufflon-Schaf. Du Muffelst ein wenig. Ja. Nein, also kommen wir jetzt mal zum ernsten Teil. Naja, ernst nicht ganz, aber es war wirklich super lecker. Und ich sage, der Stampf war wirklich super. Also man richte schön, hat einen Rauchgeschmack dran. Dann, ich habe ich hier, unser bekennender Obst, das ihr habt, so Sebastian gesagt, hätten ruhig noch zwei Äpfel mehr reingekonnt. Ja, also diese fruchtige Komponente, man hatte ja zwischendurch diese Apfelstückchen da drin. Probiert das unbedingt mal aus. Das schmeckt wirklich total großartig. Dann alles geräuchert. Man hatte diesen Rauchgeschmack in diesem Stampf drin. Die Milch hat das ein bisschen abgemildert. Aber es war wirklich, ja, großartig. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Und das Mufflon, ja, wer Wild mag, wird Mufflon lieben, werde ich sagen. Also es hat schon einen Wildgeschmack. Ihr schmeckt, dass es ein Wildtier ist. Und hat einen unverkennbaren Geschmack. Ich bin da jetzt nicht so unbedingt immer der große Fan von. Also von der Keule. Ich habe zwei Stücke gegessen. Da hat es dann aber auch gereicht. Dafür habe ich ein bisschen mehr von dem Stampf gegessen. Aber auch die war gut. Und wie gesagt, wer Mufflon oder wer allgemein Wild gerne isst, der wird da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Ja, ich bin, also was Wild angeht, recht schmerzempfindlich. Einzige, was ich nicht mag, ist Fasane. Aber da sind wir beide wieder mal auf einem. Aber sonst wirklich super. Und die Kombination aus dem geräucherten Kartoffel, Karotten, Apfelstampf und der Mufflonkeule zusammen wirklich richtig lecker. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ihr gebt uns vielleicht einen Daumen nach oben. Einen gefällt mir bei Facebook. Und im Video-Affekt klickt ihr da unten auf Abonnieren und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr da unten eh gerade schaut, dort findet ihr auch den Link zu dem Rezept. Den habe ich euch zwischendurch schon hier oben eingeblendet. Da einfach mal auf das i klicken, was ihr oben an der Seite findet. Da kommt ihr dann direkt auf unseren Blog sauerländer-barbecue.de. Da findet ihr selbstverständlich das Rezept zum heutigen Tag. Und uns bleibt nichts anderes zu sagen, als nicht vergessen, bleibt neugierig auf Essen. Und bis zum nächsten Mal mit der Sauerländer Barbecue. Und bis zum nächsten Mal mit der Sauerländer Barbecue. Bis zum nächsten Mal mit der Sauerländer Barbecue. Untertitelung des ZDF, 2020